Hier waren wir aber noch nicht, oder? Nee, die Torte sagt mir nix. Boah, da hätte ich jetzt echt Lust drauf. Der Rainer wird die jetzt essen. Locker. Hier geht's weiter. So, enge Räume sind immer anfällig für Gegners. Mach dir wirklich keine Sorgen. Ein EarthGoth-Artefakt. Oh. Springt das? Hä, wir sind falsch. Aber hier ist ein Artefakt gewesen. Und ein Aufzug. Aber wir sind falsch. Hä? Hä? Hier ist doch irgendwas. Hier muss doch irgendwas sein. Hier ist übrigens noch ne Upgrade-Platine. Wird zwei Klippen, nicht schlecht. Das war bestimmt wieder so ein Secret-Raum, war das. Warte mal. Ich, ähm, mach mal grad ne Upgrade-Platine hier. Schau an. Ja, ja. Äh. Waffen-Upgrades, genau. Ach du Scheiße. Nee, ich mach da keine dran. Alter, jetzt war ich. Alter. In dieser Waffe, die ich hergestellt hab, sind die Platinen schon direkt drinnen gewesen. Und das sind alles Plus zwei Feuerrate, plus zwei Schaden. Okay. Alle. Gut. Endgame-Waff-Verhalten. Mhm. Jetzt musst du auf die nächste sparen, oder was? Acht Kapitel haben wir noch vor uns. Nee, ich glaube, noch eine Waffe sparen, wäre nicht so sinnvoll. Tatsächlich. Okay. Aber ich will mir gerade was gucken. Dann kannst du ja immer jetzt die Wolfram Torquid kaufen. Nee, ich kann die Waffen ja noch mehr verbessern. Noch mehr was? Ja, ja. Okay. Das ist ja noch nicht zu Ende. Doch immer du da noch dran verbessern willst. Ich kann da halt eine Überwaffe rausmachen. Bringt dir auch nichts, wenn du immer stirbst. Was? Hier, ich spare mich jetzt wieder auf 100 Wolfram, dann baue ich nämlich einen Schadensboost, der deinen und meinen Schaden erhöht. Oh, das ist gut. Ich setze immer noch so einen kleinen Roboter. Man merkt, dass es langsam wirklich Endgame nahe kommt. Acht Kapitel noch, also. Da, wo schickt es uns hin? Hier hinten irgendwo. Ah, hier. Nee. Runter. Da. Hä? Dann? Hä? Ist das ein Fahrstuhl? Ah, Elevator. Storage Elevator. Wo kann man den denn runterholen? Ah, hier. Lol. Oh, beide. Wir müssen beide machen. Achso. Ah, okay. Oh, Mann. Da habe ich ja noch nie gesehen, so ein Fahrstuhl. Oh. Ist gut. Ich wähle mal die Waffe aus, ne? Afrikaner. Alter, ich kann die Afrikaner auch noch in Flammen setzen. Ach, komm. Jetzt hat er mich wieder gegriffen. Nur so einen kleinen Test. Ah, ich kann gar nicht auf sie schießen. Ich dachte, ich könnte die in Flammen setzen. Oh. An der Wand. Hinter uns. Ich bin hier einfach alles in Flammen gesetzt, hier. Über dir, über dir, über dir. Alter. Ist halt einfach einfach direkt tot. Tot, tot. Au. Merke aber so langsam, dass meine Pistole nicht mehr so stark ist. Au, au, au. Boah, schon so ein paar Schiffe. Das ist zwar hier nicht mit Leveln und so, dass man levelt, aber man merkt halt schon, dass die Gegner halt stärker werden, ne? Ja. Ja. Kommen ja halt auch unterschiedliche Gegner inzwischen. Ah, jetzt kommt der Fahrstuhl. Endlich. Dann können wir endlich Fahrstuhl fahren. Mensch. Da, das ist ein Rätsel. Ah, das ist eine Kiste. Ne. Oh mein Gott. Alter. Was gibt's? Gleiches mehr anspielen. Das ist zwei Schaden. Jawohl. Und, Bellas Kompaktrahmen. Den könnte ich gebrauchen. Hier, dein Zeug nehme ich gern mit, du. Ja, kannst du haben, ich kann das nicht gebrauchen. Jetzt müssen wir da hinten lang. Ich hoffe, hier ist gleich noch irgendwo so eine Bank auf dem Weg. Ja. Plus zwei Nachladen? Die Bank ist doch hier hinten. Ist sie da? Weil wir haben ja jetzt relativ gute... Die Ammenlasur. Weil wir haben gerade ja beide relativ gute Sachen gesammelt. Ja, also ich könnte jetzt... Oh! Mir was Neues machen. Plus zwei Nachladen. Ah, hier. So. Sehr gut. Dann modifizieren wir mal unsere Waffe. Und Bots sind auch zurück. Geil. Hier Wolfram für 100, klar. So. Vertaufen, verkaufen. So. So, Platin. Guck mir gleich erstmal. Wir nehmen jetzt den... Bellas Kompaktrahmen, glaube ich. Obwohl... Dann wird mir wieder mein zweites Tool davon weggehen. Ist das Problem, ne? Ähm... Dann will ich das... Doch, doch, komm. Ah, das Problem ist, das Verkaufen bringt nichts, weil das relativ schlechte Ressourcen nur bringt. Gibt's ja auch einen Wig-Station. Das wäre jetzt gut. Ne, gibt's nicht. Vielleicht mach ich mal einen anderen Kern obendrauf. Geilimetrie-Bolzen, Tesla-Kern, Militär-Antrieb. Mann, MG oben. Revolver macht es, nee. Ne, äh, nicht bloß mal Kern. Pessler-Kern. Hat keine, gell. Auch scheiße. Ne, dann muss ich mir wahrscheinlich mal noch eine schwere Waffe machen, eventuell. Ja, die Frage ist, ob du bis dahin so viel Wolfram sammelst, ne? Ja. Ich vermute, dass wir jetzt auch immer mehr Wolfram sammeln. Ne, je später im Spiel, desto besser die Loots, aber... Müsste halt schon hart dafür sein. Ich würde gerne wissen, wo das Feuer-Ding da herkommt, was wir gefunden haben. Oh, das macht dick Schaden. Aber, gucken, was es noch so gibt. Militär-Antrieb, ja. Pumpgun. Braulig-Antrieb. Brühe, wie ein Hammer zu schwingen. Was? Hammer zu schwingen? Wie ein Brügel zu schwingen. Hey, jetzt werde ich die ganze Zeit auf Steam eingeladen. Packen mich ab. Wenn ich rausgehe... Dann? Toll. Dann stürzt Wraps ab. Ja, geil. Packen. Dann machen wir mal das. Neue Spitze. Und... Ja, Kompressor. Dafür. 50 Wolfram weg, egal. Ach, Flammenlasur ist ein Dings. Ein Aufsatz. Achso, ich sitze auch gerade. Im Modifiziprojektil, dass die geringen Feuerschaden machen. Ja, das ist natürlich gut. Gucken wir dann mal rein. Aber was gibt es denn auch so für... Lasuren? Säurebad? Alles klar. Sicherheitsschutz? Naja, naja, naja. Elektrische Aufladung ist okay. Ja, interessant. Da kann man nette Sachen herstellen. Laden und Blip. Feuerrad. Okay, ne neue Waffe. Mal gucken, wie die so ist. Mit meinem Paketenwerfer. Mal gucken, wie die so ist. Das ist ein Schaden. Mir mal Clips dazu. Plus zwei Clips. Okay. Ah nein, ich wollte dir noch Sachen verkaufen. Oder? Ne, Sachen habe ich schon verkauft. Ja, wir müssen hier lang. Äh, äh. 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 Pep, hep. Hurra. Oh, Bots. Wille sehr. Part erwartet am Aufzug habe ich gelesen. Darf ich bitte noch den Bot? Dankeschön. Oh, diese Fahrzeuge. Ich werde Albtraum davon haben. Rapper kriegen Alpäume, ich tauche sie in Salzsäure. Richtig. Hä. Das ist... Ich wäre lieber der Hopper. Der Hopper. Meinst du bei Minecraft Hopper? Ne, der Hip-Hopper. Hip-Hop-Kaschballe. Kaschballe. Der Rainer kann doch rappen auf seinem... ...die er selber macht. Kommt doch in der Rolls-Yourself-Challenge. Ey, ganz ehrlich, da will ich wirklich, dass die kommen von ihm. Das Schöne war, er hat halt auch wieder gelogen, was man dick rausgehört hat. Er sagte erst, ich, äh, wollte keine... Oh, was zur Hölle. Rolls-Yourself-Challenge machen. Weil ich nicht zufrieden war, weil das alles richtig gemacht werden muss. Und in dem anderen sagt er, ja, ich habe keine gemacht. Weil, ähm, was war das? Weil die zweite Person, die dabei sein sollte, nicht konnte oder so. Irgendwie so war das. Ja, vor allem er und Qualitätsanspruch ist eh so. Ich glaube, da muss man nichts zu sagen, ne? Ich bin hier übrigens am Kämpfen, ne? Ach so, ja, ich nicht. Jetzt nicht mehr. Ich muss mal meine Waffe angucken. Scheiße, war so stark. Boom. Oh, die... Okay, ich habe jetzt erstmal Wolfram verbraucht. Die reflektiert. Was? Die springt ab von der Wand, wenn ich dagegen schieße. Okay. Geil. Was sind denn Trefferpunkte? PP. Leben. Ach so. Ja, als Spieler musst du es doch eigentlich spielen. Ja, weiß ich doch nicht. Mensch. Du willst ein Gamer sein. Boah. Kann ich jetzt eigentlich mal langsam den Anzug wechseln? Du hast doch schon einen neuen bekommen. Ja, aber ich will den N7, der ist schön. Toll. Okay, okay. So, jetzt bin ich erstmal dran. Brick Upgrade. Da fehlt mir Wolfram, ja. So, jetzt bin ich nämlich quasi unsterblich, weil ich habe mir Panzer bis zum Maximum geholt. Panzer fehlt mir noch eins und TP fehlt mir auch noch eins. Alter, warst du schon immer so hässlich gelb aus? Du bist durch den neuen gekommen. Alter, ist das hässlich. Du siehst aus wie SpongeBob. Sorry. Ja, bitte löscht dich. So, meine Kinesis ist jetzt komplett voll. Alles gelevelt. Jetzt fehlt mir nur noch Wolfram für die ganzen anderen Sachen. Gut, wir müssen da unten rechts. Ja? Oh, da lacht uns. Wow. Hey, hier waren wir doch schon mal. Ja, wir gehen ja jetzt zurück. Aber es ist schon ein Kind nach irgendwie. So. Ja, das Kind, was du lachen hörst, ist wahrscheinlich aus deinem Schrank. Nee, das weint. Ich weine. Schon wieder. Dein Ernst. Nein, sind wir nicht. Wir sind seit vielleicht 20 Sekunden in diesem Aufzug. Das ist doch eine Scheiße. Beruhig dich, Schreiner. Mensch. Und zum nächsten Aufzug. Ey, das ist doch nicht normal. Wirklich. Das kannst du mir doch nicht mehr sagen. Das ist doch eine Scheiße. Ey, Aufzug Simulator 2017. Wir sind wieder raus. Ey. Best Quest auswählen. Mission. Ja, ist schon ausgewählt. Die richtige. Oh, lang. Hier rein. Ey, das ist doch ein Kotball. Und diese Dinger machen es auch nicht besser. Ich verstehe nicht, warum die hier so viele davon haben auch noch. Ich verstehe halt nicht, warum die auch so viele Fahrstühle machen. Das streckt doch einfach nur das Spiel in die Länge, oder? Ja. Nichts anderes. Wir sind locker schon eine Stunde Fahrstühle machen. Nein, das ist wieder der Drache. Äh, immer noch. Den sollen wir ja jetzt reingehen. Ja. Oh, da war man nicht. Aber ich würde ausschätzen, also wirklich eine Stunde bestimmt. Ja. Also. Der Carib ist kleiner.